Willkommen zu einer neuen Episode der Fortnite Daily News und heute geht es natürlich um die nächste Rune die passieren wird und wann das ganze stattfinden wird ungefähr und was das ganze auch mit sich bringt natürlich dann Marvel Skin eine Neuigkeit die angekündigt worden ist beziehungsweise ein neues item und einiges mehr und ich würde sagen wir starten mal direkt in die ersten News rein so also fangen bei den ersten News an ich habe euch gleich noch mal ein Video mitgebracht zur Zusammenfassung wie das ganze dann auch aussah oder passiert ist denn ich habe das selber auch verpasst also Rune Nummer 4 ist aktiviert es fehlt nur noch eine einzige Rune und das wird sehr interessant werden mit dieser Rune denn wir schauen uns die jetzt mal an und dann erkläre ich euch mal ein bisschen wieso das interessant wird also zur Erinnerung hier ist die Rune Nummer 5 beziehungsweise das Bild für die neue Rune wie das ganze aussehen wird und bisher war es ja so dass die Symbole immer so ein bisschen verraten haben was man da machen muss um die Rune zu bewegen beziehungsweise was dann letztendlich die Rune tatsächlich macht und hier ist ganz deutlich zu sehen oder bis was heißt ganz deutlich aber ein bisschen Fantasie kann man sich schon ansehen dass das untere Stück ein Vulkan sein soll und oben drüber ist die ist so eine Art Ausbruch oder halt die Rune eins an beiden könnt ihr euch aussuchen ich denke mal es wird eine Rune sein die tatsächlich in den Vulkan reingeht oder beziehungsweise über den Vulkan spawnt und dann reingeht zu diesem Platz wo sie rein muss und dann der Vulkan ausbricht das heißt also die letzte Rune ist dafür verantwortlich was dann am Ende tatsächlich passiert sehr sehr interessant ich habe noch mal ein paar noch mal ein Video mitgebracht noch mal um ja ich sag mal ohne vier Revue passieren zu lassen für die die es verpasst haben ja bei reddit von Foxy hier noch mal eine Zusammenfassung was gestern tatsächlich passiert ist ihr habt noch mal ein Video für die die es verpasst haben da gab es hier oben diese Flächen wo man draufschlagen konnte und die ja wieder so synchronisiert worden sind mit dem Schaden über alle Server hinweg und wenn das dann tatsächlich das Ende erreicht worden ist hat die Rune sich wieder weggebeamt nach oben weggebeamt über den Platz wo sie sozusagen reingeht und hier seht ihr das ganze noch mal zack da ist sie drin und Rune aktiviert sich und das nächste Tor geht sozusagen auf sehr sehr interessant das ganze ich bin wirklich gespannt wie das mit dem nächsten abläuft und was wir dann sehen weil das wird ja nicht nur mit dem Vulkan wahrscheinlich zusammenhängen sondern das wird ja auch da ein bisschen was mit zusammenhängen denn hier werden wir auch ein Event sehen so zusätzlich muss noch erwähnt werden dass auf den sechs Monitoren jetzt das zweite Item sozusagen aufgeleuchtet ist und zwar die Tommy Gun sehr interessant werden wird sehr interessant werden wie ihr in meinen letzten Spoiler Videos gesehen habt das möchte ich jetzt hier nicht noch mal erwähnen gibt es ja ein Event was passieren wird womit diese Items hier zusammenhängen wer sich das gerne angucken möchte und gespoilert werden will schaut bitte meine letzten Videos da wird das ganze auf jeden Fall gespoilert hier möchte ich das jetzt nicht noch mal machen für Leute die jetzt nicht gespoilert werden möchten auf jeden Fall hier die Info noch mal zweites Item sozusagen aufgeleuchtet ich denke mal in den nächsten Tagen wird es immer so im zwei Tage Ablauf laufen vielleicht sogar ein bisschen schneller das vielleicht jetzt so alle paar Stunden oder jeden Tag jetzt was Neues sehen hier drauf bis die Monitore dann tatsächlich alle voll sind und wir alle Items am Ende sehen so und dann kommen wir noch mal zu Neuigkeiten denn die Shadowbomb ist angekündigt worden da gab es ja schon einige Soundfalls die ich in der letzten Woche schon mal präsentiert habe in meinen News Videos und jetzt tatsächlich ist es offiziell angekündigt worden das heißt die Shadowbomb wird reinkommen ja das wird so ein bisschen sein wie damals die Shadowstones nur in Form einer Granate ich weiß nicht ob man das ganze dann auch auswählen kann auf Gegner wird sich ein bisschen bescheuert muss ich ganz ehrlich sagen dass auf Gegner zu nutzen ich denke mal das wird für sich selbst nutzbar sein oder man ja er schafft so eine Art Nebel oder so ich bin mal gespannt wie das ganze wird wir werden die auf jeden Fall sehen jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich morgen übermorgen schon gehe ich ganz stark von aus dass wir die morgen sehen werden zu einem Dienstag da ist nämlich meistens so ein Klient Update und da werden wir nämlich einiges sehen also bin auf jeden Fall gespannt ihr könnt ja gerne mal reinschreiben was ihr davon haltet ob ihr so eine Granate für überflüssig haltet oder ob ihr glaubt ne das wird das Spiel ganz schon also auf jeden Fall schon interessanter machen als vorher so zu guter Letzt müssen wir noch mal über den Marvel Skin sprechen beziehungsweise über das neue Marvel Set was reinkommen wird das werden wir so wie es aussieht am 20 am 30 sehen werden die Frage ist nur ob 30 bei uns oder 30 in den USA ich gehe davon aus 30 in den USA was bei uns bedeuten würde dass wir das nicht von Montag also nicht von heute auf morgen sehen werden sondern erst von morgen auf übermorgen sehen werden weil die müssen wir bedenken die Zeitverschiebung ist ja so dass der Shop sozusagen mittags aktualisiert beziehungsweise am Abend aktualisiert in den USA und dann ist das immer so ein bisschen anders bei uns mit der Zeit deswegen gehe ich davon aus dass wir es von Dienstag auf Mittwoch sehen wäre eine coole Überraschung wenn wir es heute Abend schon sehen würden auf jeden Fall haltet die Augen auf Marvel Skins könnten recht selten werden denn ich glaube nicht dass wir in nächster Zeit noch mal ein Avengers Movie sehen werden das könnte natürlich dann auch wieder ein paar Jahre dauern bis dann wieder was neues aufgebaut wird von Marvel und dann muss auch die Frage man sich stellen ob dann Fortnite interessant noch ist kann nämlich auch gut sein dass bis dahin Fortnite irrelevant geworden ist und deshalb könnten die Skins schon einiges an Wert gewinnen so damit am Ende meiner News für heute wie gesagt noch mal eine Art Zusammenfassung sozusagen der letzten Tage und was auf uns zukommen wird denn ich bin auf jeden Fall gespannt wir werden einige Events sehen wie gesagt ohne was spoilern zu wollen aber wir werden einige Events sehen es wird auf jeden Fall was mit dem Vulkan passieren das ist ja glaube ich jedem klar geworden und wir werden auch einiges da bei Loot Lake sehen das auch glaube ich jedem klar geworden und ja dann gibt es ja noch so eine Art Storyline die da irgendwie noch ein Ende bringen muss und wir sehen natürlich diese Woche auch die Woche 10 das sehr sehr interessant was hier alles passieren wird also jede Menge Stuff der uns erwartet jetzt in der letzten Woche ich finde immer so die letzten Anfang ist immer geil von der Season und das Ende denn ich muss ganz ehrlich sagen bei der Season war ich nicht wirklich gepackt nur am Anfang wegen dem Vulkan das war schon geil Map Änderungen und so weiter und mittendrin allerdings überhaupt gar nicht mehr hat so extrem abgeflacht und ja gegen Ende hin jetzt geht der Hype so langsam nach oben ich bin gespannt aber ich hoffe auf jeden Fall Epic beziehungsweise Fortnite macht das Ganze richtig und lässt das ganze auch so spannend dass es auch Spaß macht und dass wir auch ich sag mal ja mit einem gewissen Hype auch in die nächste Season reingehen und vor allem auch mal die Story nicht so verwirrend ist sondern irgendwie auch mal so ein bisschen zusammenhängt dass man auch mal merkt dass man da sich Mühe gegeben hat denn die Story hier ist absoluter Wirrwarr meine meines Erachtens macht für mich null Sinn es sind so viele Storylines irgendwie verworren miteinander dass es nicht mehr ganz klar ist für den normal sterblichen sage ich mal das irgendwie zu durchschauen es gibt viele Theorien sehr viel Gerede im Internet aber keine klare Linie und das fehlt so ein bisschen an Fortnite in letzter Zeit und das macht das ganze etwas uninteressant deswegen Epic auf jeden Fall wenn ihr zuhört macht auf jeden Fall eine klare Storyline wie gesagt eure Meinung in die Kommentare zu den ganzen Themen auch zur Storyline würde mich mal interessieren was ihr darüber denkt wenn ihr das Video cool fandet lasst gerne ein Like da lasst gerne ein Sub da unterstützt mich gern mit dem Körder Code wenn es Snipes und dann hören wir uns morgen zu einer neuen Episode also bis dahin ciao ciao Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020